Warum weinen Sie so schnell? Diese Frage stellt sich Poet Kueso immer wieder, wenn er als Zuschauer Sing meinen Songs sieht. Jetzt war er alleine dort und tauschte seine Songs an seinem ersten Abend in Südafrika mit anderen Stars aus. Und wer denkt, dass Johannes Ordings Version von U-Flug-Modus so viele Tränen vergossen hat, wird jetzt eines Besseren belehrt. Als Lotte auf der Konzertbühne mit einer eigens angefertigten Gitarre anfing, die beruhigenden Klänge ihrer Version von I The Winnerd zu singen, hörte Kueso nicht auf, der 42-Jährige fiel ins Wasser, und er wusste es nicht einmal. Was mit ihm passiert, Kueso hätte nie gedacht, dass ihn die Reise Sing mein Song so sehr bewegen würde. Doch als Lotte ihn und die anderen Stars noch mit ihrer Stimme und zarten Gitarre verzauberte, war der eloquente Poetensong hin und weg. Fast nervös rutschte der 42-Jährige mit Tränen in den Augen über die Couch und musste mehrmals schlucken, der Song-Winner hat für Kueso eine ganz besondere Bedeutung. Damit begann er nicht nur die größeren Säle zu füllen, sondern das Lied wurde auch bei der Beerdigung seines geliebten Großvaters gespielt. Seitdem hat der Sing meinen Songs da den Song weder gehört noch gespielt. Dass sich Lotte für ihn entschieden und ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht hat, bringt den ansonsten Hardcore-Schlagersänger zu Tränen. In Klusos Worten, einfach unglaublich schön, am Ende stellt sich die Frage aller Fragen, welcher Sing meinen Songs da bekommt Kuesos Pertier? Auch wenn sich der Poet des Liedes aus all den verrückten Versionen leicht auswählte. Entschied er sich für Lotte und kürte ihre Version von O'Winner zum A Song of the Evening. Und dann wird das Liedes auswählte. Und dann wird das Liedes auswählte. Und dann wird das Liedes auswählte. Und dann wird das Liedes auswählte.